Herzlich Willkommen zum Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Barbara, du hast eine Kerze hier auf dem Tisch. Ja, ist das auch schon passiert, dass du ihm gegenüber gar nicht so wirklich gut zuhörst und zum Schluss gar nicht richtig sagst, was er gesagt hat oder sie, weil du schon beim nächsten Projekt zeitigen Gedanken. Ah, äh, sorry, was ist dein Tipp in diesem Fall? Die Tipp. So wie ihr jetzt in die Kerzenflamme schaut, versucht euch gegenüber voll in die Augen zu schauen, die ganze Zeit. Dadurch seid ihr voll präsent. Zeigt wahres Interesse an der Wortmeldung von euch gegenüber. Sie werden sehen. Das wirkt Wunder und es baut Vertrauen auf. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinn, bleib gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Mal�� überholen. In dem nächsten Mal. Wow,holders. Wozniah. Vielen Dank.